Bis Ende April kann man noch in der Hagener Vollmer Galerie wöchentlich Einkaufsgutscheine bis zu einem Wert von 200 Euro gewinnen. Insgesamt 2000 Euro wöchentlich. Weiterhin stellen wir Ihnen hier einige Gewinnerinnen und Gewinner vor. Die Kohle fließt am Stück hier in der Vollmer Galerie, wieder 200 Euro an die Frau Fladerau. Sind Sie ein typischer Gast hier in der Vollmer Galerie oder so ein Zufallsgast? Ich komme öfter hierher, aber diesmal ist es Zufall gewesen. Sind Sie so ein typischer Gewinner-Typ? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein. Das macht es nochmal ganz gut, ne? Ja. Du hast es motiviert, weiterzumachen. Sie können ja jede Woche hier. Ja, das motiviert nochmal weiterzumachen, ja. Ich habe auch Freundinnen mitgebracht, die machen auch direkt mit. Das heißt, das multipliziert sich jetzt mittlerweile schon, so soll es ja auch sein. Es wird einiges getan in der Vollmer Galerie, es wird alles schön, es wird alles gelöse, deswegen muss auch umgebaut werden. Haben Sie das großartige Vermut bekommen, was hier umgebaut wird oder eher weniger? Eher weniger, weil ich die letzten Monate krank war und nicht so oft hierher gekommen bin, aber man kann jetzt mal wieder gucken. Wir wollen jetzt mal wieder gucken, es bewegt sich hier einiges und es ist ja auch neugierig, was sich so zwischendurch hier bewegt. Genau. Haben Sie irgendwie so eine Ahnung oder hätten Sie einen Wunsch, was hier vielleicht noch in die Vollmer Galerie fassen würde? Ja, vielleicht so ein Geschäft, wo wir Molligen auch was Schönes finden könnten. Okay, das ist die Idee. Ja, dann viel Spaß jetzt mit dem Gewinn. Dankeschön. Und danke fürs Interview. Ja, gerne. Vielen Dank.